Früher war alles einfacher, denken wir heute. Mann findet Frau, die beiden heiraten, bekommen ein, zwei oder mehr Kinder, sie bleibt zu Hause, er geht der Lohnarbeit nach und wenn sie es erleben, fahren sie die goldene Hochzeit. Heute ist der Trend zum Ein-Personen-Haushalt ungebrochen. Geheiratet wird zwar noch, aber immer mehr Paare haben keine Kinder. Manche gewollt, manche ungewollt. Die Familie ist auf dem Prüfstand. Darüber spreche ich heute mit der Theologin, vierfachen Mutter und bald siebenfachen Großmutter Margot Käßmann. Herzlich willkommen Ihnen und herzlich willkommen in der Sternstunde Religion. Frau Käßmann, Polyamorie, Patchwork-Familien, offene Beziehungen, ist das klassische Familienmodell heute, kommt das an seine Grenzen? Also erstmal müssen wir sagen, dass die Jugendlichen, jedenfalls nach der Shell-Jugendstudie in Deutschland, in der großen Mehrheit sich die klassische Familie wünschen und es wird ja geheiratet und Menschen bekommen dann auch als Ehepaar Kinder, aber es hat sich verändert. Erstmal müssen wir sagen, wir leben auch wesentlich länger als früher. Viele Ehen scheitern dann auch oder werden beendet, auch in gegenseitigem Einvernehmen. Und dann verändert sich die Familie, dann heiraten zwei neu, dann bringt der Partner oder die Partnerin andere Kinder mit und dadurch entstehen neue Familiensituationen, aber es ist weiterhin Familie, weil Menschen Verantwortung füreinander und für Kinder übernehmen. Sie haben nach rund 30 Jahren selber sich scheiden lassen. Ist da die Ehe gescheitert oder wie soll man das formulieren? Ich muss sagen, damals hatte ich schon das Gefühl, meine Ehe ist gescheitert nach 26 Jahren, weil auch alle gesagt haben, wie kann das passieren, wie kann das auch einer Bischöfin passieren. Das war in ihrer Rolle besonders erstaunlich. Ja, das war fast ein Skandal. Ich muss nur sagen, dass mein Mann und ich uns gesagt haben, es geht ja auch um die eigene Glaubwürdigkeit. Wenn du merkst, dass als Paar einfach nichts mehr geht, dann ist es auch eine Frage, spielst du das nach außen weiter, um der Öffentlichkeit willen oder anderer Menschen willen oder sagst du klar auch zueinander, wir trennen unsere Wege besser, wir können besser jetzt getrennt leben und das auch mit den Kindern zu besprechen. Also ich finde, das muss nicht ein Scheitern sein heute. Also rückblickend, genau, sagen Sie das anders. Bald 13 Jahre jetzt und mein ehemaliger Mann ist wieder verheiratet, aber trotzdem, wir taufen beispielsweise die Enkelkinder zusammen. Sie haben ja gesagt, sechs Enkelkinder haben wir schon getauft, nächstes Jahr kommt das siebte. Also das ist nicht so, dass wir in Hass und Streit auseinandergegangen werden und das ist was, was mir auch sehr, sehr wichtig ist, gerade auch in der Vorweihnachtszeit, dass Eltern, die sich trennen, ihre Konflikte nicht auf dem Rücken der Kinder austragen. Sie haben in einem Interview auch gesagt, dass Sie keine Paare verheiraten würden, die nicht bereit sind zu sagen, bis das der Tod uns scheidet. Woher rührt denn dieser Idealismus? Na, ich finde es merkwürdig, wenn ein Paar kommt und sagt, wir wollen kirchlich getraut werden und dann sagt, für ein paar Jahre. Das wäre doch merkwürdig. Also wenn ein Paar heiraten will, dann musst du doch diesen Wunsch haben, auch wir wollen jetzt zusammenleben, wir wollen unser Leben zusammen gestalten und das erlebe ich ja auch oft, mit welcher Hoffnung Paare kommen, dass Ehen auch scheitern können. Also das weiß heute jedes junge Paar, das kommt. Aber sie kommen ja alle mit dem Wunsch und dem Willen, es anders zu machen, vielleicht auch besser zu machen als die Eltern. Und ich finde, das muss erst mal wichtig sein, wenn du heiratest, dass du eigentlich diesen Plan hast, ein Leben miteinander zu verbringen. Und das ist doch auch ein schöner Plan, das ist ja auch ein schöner Lebensentwurf. Sie als ehemalige Seelsorgerin auch jetzt gefragt, an was glauben Sie denn scheitern die Familien besonders? Was ist das besonders Schwierige? Zum einen ist es so, dass wir wissen, dass heute Paare sehr gleichberechtigt leben, bis das erste Kind kommt. Und wenn das erste Kind kommt, dann ist es ganz oft so, dass auf einmal wieder die Rollen in die alten, traditionellen Formen übergehen. Der Mann ist weiterhin berufstätig, die Frau bleibt eine Zeit zu Hause, dann ist sie vielleicht halbtags berufstätig und dann kommt das zweite Kind und die Rollen verfestigen sich noch mehr in den traditionellen Feldern. Und dann gibt es auch oft Enttäuschung. Also die Frau hatte eine gute Ausbildung, möchte eigentlich auch berufstätig sein und dann tauchen Konflikte auf. Sie haben das selber ja auch erlebt, dass Sie, als Sie das erste Kind schon hatten und dann, glaube ich, mit Zwillingen schwanger waren, eine Pfarrstelle antreten wollten und man Ihnen das nicht zugetraut hat, oder? Also das war für mich damals wirklich auch dieses Gefühl, deshalb kann ich das heute gut nachempfinden. Ich hatte eine gute Ausbildung, ich hatte gute Noten, ich hatte gute Examina gemacht und dann hieß es, Frau Käßmann, Stelle teil mit ihrem Mann, eine halbe Stelle einer Frau mit drei kleinen Kindern ist nicht zumutbar. Und die Frau, die mir das damals nahegelegt hat, hat mir später gesagt, aber Frau Käßmann, für uns war das so, für meine Generation entweder Beruf oder Familie. Und Sie haben das ein bisschen als fast unverschämt empfunden, dass ich beides wollte. Ich wollte berufstätig sein und Kinder haben und ich habe dann lange gekämpft, bis ich mit 34 erstmal die erste volle Stelle hatte. Also es war nicht so, dass ich von Anfang an Karriere gemacht hätte, wie manche das sehen. Sie haben das auch in einem Interview, glaube ich, so genannt. Sie haben da einmal, sind Sie quasi in die Knie gegangen und nie mehr wieder, oder? Ja, weil ich mich geärgert habe. Ich habe hinterher gedacht, warum hast du dem stattgegeben? Warum hast du nicht gesagt, doch, mein Mann die Hälfte, der wäre auch bereit gewesen und ich die Hälfte der Stelle, wir teilen sie uns und wir schaffen das. Da bin ich eingeknickt. Später habe ich deshalb gesagt, wenn andere meinten, ich könnte mit vier Kindern nicht Generalsekretärin des Kirchentages werden oder gar Bischöfin. Da habe ich immer gesagt, warum denn nicht? Kein Mann wird gefragt, ob er mit vier Kindern ein Amt übernehmen kann. Da spielen die Kinder gar keine Rolle, weil immer gedacht wird, irgendwo ist da hinten eine Ehefrau und Mutter, die das alles übernimmt, was zu Hause an Arbeit ja auch zu leisten ist. Genau, und dann bei Ihnen war es dann irgendwann auch umgekehrt, dass der Vater der Kinder entschieden hat, dass er zu Hause bleibt oder um Sie dann quasi auch Karriere machen konnten. Wir haben uns da abgewechselt. Einige Jahre war ich zu Hause und als ich dann Generalsekretärin war, ist mein Mann erst zwei Jahre zu Hause geblieben, dann hatte er eine halbe Stelle und als Bischöfin ist er noch mal ein Jahr zu Hause geblieben, hatte dann eine halbe Stelle. Also das war eigentlich in unserer Ehe ganz gut aufgeteilt. Jetzt ist ja die heilige Familie, so etwas für die das Urbild der Familie, ist die ein gutes Vorbild? Ich muss mal sagen, das sind ja auch Projektionen. Ja, Maria und Josef und alles ist ganz wunderbar. Jetzt müssen wir sagen, die waren ja auch in einer Konfliktsituation. Erstmal mussten sie da nach der Erzählung von Lukas von Nazareth nach Bethlehem während der Schwangerschaft, das war auch konflikthaltig. Dann muss ich sagen, so eine Geburt im Stall, ohne Hebamme, ohne Arzt dabei, wollen wir uns auch nicht so romantisch vorstellen. Dann geht es nach Matthäus auf die Flucht nach Ägypten. Also es war auch nicht nur diese süßlich liebliche Maria und dieser arme alte Josef, so stellst du die Bibel eigentlich gar nicht dar. Josef wird in der Bibel gar nicht so alt dargestellt. Das war dann mehr später, weil man meinte, also ewige Jungfrau, er ist dann nicht mehr zeugungsfähig. Und auf der anderen Seite, Maria hat ein revolutionäres Lied gesungen. Ja, er wird die Mächtigen vom Thron stürzen. Also was da projiziert wird auf eine harmonische, heilige Familie, das ist in der Bibel so gar nicht haltbar. Bleiben wir noch bei diesen ganzen Familienmodellen. Ich habe eine Studie der OECD gelesen, jedenfalls mit Schätzungen für das Jahr 2030, das heißt Families 2030. Und die schätzen, dass eben im Jahr 2030 gerade mal 30 Prozent der Schweizer Haushalte noch Kinder leben werden. Da frage ich mich schon, Sie als Familienmensch, was empfinden Sie bei solchen Schätzungen? Also das finde ich traurig, 30 Prozent der Haushalte, weil Kinder natürlich das Leben auch unendlich lebendig machen. Jetzt müssen wir sagen, es gibt Frauen, die hätten gerne Kinder und finden entweder keinen Partner, um ein Kind mit ihm zu bekommen oder können aus biologischen Gründen kein Kind bekommen. Und das tut mir dann auch wirklich sehr, sehr weit, wenn eine Frau das gerne hätte und kann nicht. Aber ich habe den Eindruck, dass viele junge Frauen auch unter Druck geraten. Also erst machst du die Ausbildung, das dauert lange, vielleicht noch ein Studium, das dauert noch länger. Dann sollst du erst mal berufstätig sein, erst mal Geld verdienen und dann tickt die biologische Uhr. Und es ist gar nicht so einfach, das wissen wir auch, dass Männer immer später eigentlich vielleicht noch Kinder wollen, also einen Partner zu finden, mit dem sie Kinder bekommen. Und deshalb, ich kann nur ermutigen, Kinder sind anstrengend, das ist gar keine Frage. Kinder sind eine Herausforderung, aber sie geben dem Leben auch einen tiefen Sinn, viel Glück. Und ich muss sagen, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann sind am Ende meine Kinder und jetzt Enkelkinder doch das Entscheidende im Leben. Weshalb haben Sie denn überhaupt Kinder haben wollen? Also für mich war das gar keine Frage, muss ich sagen. Meine Schwestern haben auch Kinder und waren berufstätig, dass Kinder zum Leben dazugehören. Ich hatte eigentlich nie die Frage, ob ich keine wollte. Für mich war das immer wichtig. Ihre Töchter haben wir hier. Ist schon zehn Jahre, über zehn Jahre her. Ja, ist ein altes Bild, aber man sieht die Frauenbande. Ja, das ist ein großes Glück, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist natürlich auch eine Auseinandersetzung und das geht immer weiter. Also sie hören ja nie auf, Mutter zu sein. Heute sind es dann mehr die Fragen, was die Enkelkinder betrifft oder andere Themen. Aber ich finde es in Familien jetzt ganz gleich, wie die Konstellation ist, toll, wenn eine Generation nicht isoliert lebt, sondern du im Kontakt mit anderen Generationen bist. Du lernst ja auch ganz viel von den Jungen. Sie haben ja kürzlich auch ein Buch über Freundschaft geschrieben. Wie sich ja zeigt, ist Verwandtschaft schon ein extrem konfliktbehaftetes Modell auch? Könnte es sein, dass Freundschaft oder eben solche Modelle zukunftsfähiger sind als die Familie? Wie stehen Sie dazu? Also ich habe in diesem Freundschaftsbuch auch geschrieben, dass gerade in Zeiten, in denen viele auch allein leben, wir haben eben immer mehr Singlehaushalte, in denen Ehen zerbrechen, in denen viele Menschen Orientierung suchen, es wichtig ist, Freundschaften zu pflegen. Also Freundschaften brauchen ja auch Zeit. Du musst dir Zeit nehmen für Beziehungen, die müssen wachsen über Jahre. Aber eine Freundschaft kann dein Leben ungeheuer stabilisieren. Einmal beispielsweise, wenn eine Ehe zerbricht, dass Freunde, Freundinnen für dich da sind und du nicht allein dich verloren fühlst. Oder gerade auch, wenn du älter wirst, in den Ruhestand gehst, die beruflichen Zusammenhänge zurückgehen, dann ist es wichtig, Freundschaften zu haben, auf die du ja dich verlassen kannst und die du über Jahre auch aufgebaut hast. Jetzt haben Sie in Ihren Ämtern eben als Landesbischöfin von Hannover und auch als Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, also quasi die oberste Figur der evangelischen Kirche in Deutschland, sich oft auch politisch geäußert. Jetzt ist Familie natürlich auch ein Politikum, zum Beispiel, wenn es darum geht, wer wen heiraten darf und soll. In der Schweiz hat der Schweizerische Evangelische Kirchenbund auch kürzlich darüber abgestimmt, hat sich positiv dazu geäußert. Es gab viel Furore. Sie sehen hier Schlagzeilen dazu, also positive Reaktionen, aber auch negative Reaktionen. Was ist Ihre Haltung diesbezüglich? Nun müssen wir sagen, dass in der evangelischen Kirche in Deutschland auch gerungen wurde um die Haltung, bis es zu einem Jahr kam, in dem wir sagen, auch Menschen, die homosexuell lieben, sollen die Möglichkeit haben zu heiraten. Und nicht in allen, aber in fast allen Landeskirchen in der evangelischen Kirche in Deutschland können sie auch kirchlich getraut werden. Also vor 20 Jahren, als ich bischöfin wurde, war das noch weit davon entfernt. Das war ein langer, langer Diskussionsprozess. Aber am Ende war der Punkt, dass wir sagen, wenn zwei Menschen in Verlässlichkeit, Vertrauen, Verantwortung zusammenleben wollen, dann kann das natürlich auch unter dem Segen Gottes stehen, wenn es ein homosexuelles Paar ist, also lesbisch oder schwul Liebende. Ich finde schwierig in der Diskussion, was in Deutschland immer so ein bisschen wieder hochkommt, dass dann zynisch gesagt wird, ja, dann kann ja jeder jeden heiraten, Ehe für alle. Das heißt ja dann, der Bruder kann die Schwester und der Cousin, was weiß ich. Das heißt es nicht. Es geht eigentlich darum, dass homosexuell liebende Paare, die in Verantwortung, Verlässlichkeit zusammenleben wollen und vertrauen, dass die eine Möglichkeit haben, eine Ehe zu gründen als Paar. Jetzt haben sich in der Schweiz eben reformierte Pfarrer und auch Theologen eben dagegen geäußert. Sie haben eine Erklärung gegen die Ehe aller verabschiedet. Da sagen sie, sie seien nicht bereit, die Paare, die gleichgeschlechtlich sind, zu segnen, weil sie sagen, es ist einfach eine zeitgeistliche Frage. Die Kirche passt sich einem Zeitgeist an und das muss die Kirche nicht. Ja, diese Vorwürfe gab es ja immer wieder auch bei der Frauenordination. Es wurde ja auch von der russisch-orthodoxen Kirche gesagt, wenn eine Frau wie ich Ratsvorsitzende werden kann, dann ist das Anpassung an den Zeitgeist. Das war in Ihrer Zeit auch ein großes Politikum. Ja, das war auch ein großes Thema und ich denke, die Kirche muss sich auch weiterentwickeln, auch theologisch. Die Theologie hat sich doch immer wieder verändert natürlich mit neuen Gesichtspunkten, die wir wahrgenommen haben. Und die Verurteilung von Homosexualität, die zwei Verse, die es gibt, die immer wieder angeführt werden aus der Bibel, müssen wir sagen, gerade der Apostel Paulus hatte doch nicht ein Paar vor Augen, das gesagt hat, wir wollen ein Leben lang zusammenleben, ein homosexuelles Paar. Da ging es wirklich um sexuelle Ausschweifungen, in völliger Unverbindlichkeit. Ich würde sagen, da ging es eher um Pornografie. Aber vor 2000 Jahren gab es doch gar nicht diese Vorstellung, es ist ein Paar, das heiraten will und ein Leben zusammen aufbauen will. Das hat sich doch völlig verändert in unserer Wahrnehmung und das muss die Kirche auch wahrnehmen. In Ordnung. Wenn wir das mal so behalten, dann stellt sich ja trotzdem die Frage nach der Nachkommenschaft, die ganze Fortpflanzungsthematik. Sind Sie denn dafür, dass gleichgeschlechtliche Paare, wenn sie dann heiraten können, auch Fortpflanzungsmedizin beanspruchen können, Kinder adoptieren sollen? Ich denke, dass homosexuelle Paare gute Eltern sein können. Das ist auch erwiesen. Es gibt überhaupt kein Beleg dafür, dass sie schlechtere Eltern wären als heterosexuelle Paare. Und wenn dann gesagt wird, aber da fehlt doch die männliche Figur beispielsweise bei einem lesbischen Paar, dann müssen wir mal sagen, also ich kann jetzt von Deutschland reden, nach dem Krieg haben viele Mütter ihre Kinder ganz allein ohne Vater aufgezogen und diese Kinder sind auch nicht alle gestört. Also ich finde, da gibt es viele, viele Vorbehalte. Ich kenne homosexuelle Paare, die ihre Kinder sehr gut erziehen und sehr bewusst, manchmal vielleicht noch bewusster, weil sie das noch stärker als Geschenk empfinden, dass sie Vater oder Mutter werden können als heterosexuelle Paare. Das ist spannend jetzt, aber wenn wir noch ganz konkret auf das künstliche Leben und das Schaffen des künstlichen Lebens eingehen, was ist da Ihre Haltung dazu? Also ich habe Mühe damit, wenn Kinder dann überhaupt nicht wissen, was ihre biologische Herkunft ist. Also sagen wir hier eine Eizelle, da eine Samenzelle und dann vielleicht noch eine Leihmutter und dann da die biologischen Eltern. Also ich muss sagen, damit habe ich, da bin ich vielleicht auch zu alt für, damit habe ich Schwierigkeiten, weil ich denke, ein Kind hat auch eine Sehnsucht nach dem Wissen um Herkunft. Das wissen wir ja von adoptierten Kindern, dass die ganz oft in irgendeiner Phase ihres Lebens dann wissen wollen, wo komme ich her. Das heißt nicht, dass sie dahin zurück wollen, sondern einfach diese Sehnsucht nach dem Wissen um Herkunft. Und deshalb finde ich es schon verantwortlich, wenn homosexuelle Paare das nutzen, die Fortpflanzungsmedizin, dass sie sich sehr bewusst machen, dass die Kinder wissen sollten, wer auch die biologischen Eltern sind. Die klassische Familie, wir haben das zuvor angesprochen, wird öffentlich ja schon eigentlich als Ideal konstatiert. Auch die Kirche trägt da ihren Teil dazu bei. Jetzt weiß man aber auch, dass alleinerziehende Mütter oder Väter die Kinder weniger taufen oder eben nicht taufen, weil sie glauben, sie sind in der Kirche nicht wirklich aufgehoben, fühlen sich nicht willkommen dort. Also das finde ich wirklich tragisch und dagegen habe ich auch immer angepredigt. Also ich freue mich doch über jede alleinerziehende Mutter, alleinerziehende Väter, das ist ja die Minderheit, die ihr Kind zur Taufe bringt. Aber Sie sagen ja selbst, die heilige Familie wird da so stilisiert. Also heute doch nicht mehr, muss ich sagen. Also es gibt auch Pfarrerehen, die sich trennen. Es ist in der Kirche doch nicht mehr. Aber es war ein Skandal. Ja, aber ich meine, das muss man jetzt ja auch sagen, das ist 13 Jahre her. Also die Zeit hat sich auch verändert. Und heute, also die Scheidungsrate, muss man sagen, ist leider eben bei Pfarrerinnen und Pfarrern auch nicht anders, als sie in der normalen Gesellschaft sind, weil sich das da auch spiegelt, die Veränderung des Lebens. Und das muss man ja auch sagen, früher, wir haben ja die schöne Serie gehabt in Deutschland, Kudam 56, Kudam 59. Als ich mir das angeschaut habe, habe ich gedacht, in die 50er Jahre möchte ich auch nicht zurück. Wenn der Ehemann noch in Deutschland die Arbeitsstelle der Ehefrau kündigen konnte, ohne sie zu fragen, weil sie ihren ehelichen oder familiären Pflichten nicht nachkam. Was war das denn für ein Verständnis von Familie? Das war ungeheuer hierarchisch. Der Ehemann durfte bestimmen, wie in der Familie gehandelt und gelebt wird. Also dahin möchte doch niemand zurück. Aber dann müssen wir auch die Konflikte, die es gibt, aushalten. Und ich finde gerade, die alleinerziehenden Mütter stärken, weil die haben es am schwersten und haben das höchste Armutsrisiko. Und ganz oft zahlen dann Väter auch keinen Unterhalt oder nicht vollständigen Unterhalt, sodass sie ständig auch finanziell an der Kante sind und nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und ich wünsche mir, dass diese alleinerziehenden Mütter und wenigen Väter die Kirche auch als Ort sehen, an dem sie willkommen sind. Und natürlich taufen wir gerne diese Kinder und nehmen sie auf in die große Familie der Kinder Gottes. Wenn wir jetzt auf Ihre Familie konkret gehen. Sie kommen ja aus einer nicht-akademischen Familie. Ihr Vater war Automechaniker, hatte eine Tankstelle. Ihre Mutter war Krankenschwester. Sie selber haben Theologie studiert, dann sogar promoviert. War dieser Werdegang auch eine Rebellion gegen die eigene Familie? Oder wie muss man das lesen? Nein, das war gerade gar keine Rebellion, weil meine Mutter wollte Bildung für ihre Töchter. Wir waren insgesamt vier Kinder. Ein Junge ist kurz nach der Geburt verstorben. Aber meine Mutter hat eigentlich den Druck gemacht, dass wir alle drei aufs Gymnasium gehen, Abitur machen, studieren. Also meine beiden älteren Schwestern haben auch studiert. Und ich muss sagen, dass ohne den Druck unserer Mutter, glaube ich, manche von uns das vielleicht auch gar nicht so gemacht hätten. Wir sind ihr im Grunde alle sehr dankbar. Also meine Mutter wusste, Bildung, das ist die zentrale Chance. Und ich wünschte, also viele Eltern wüssten das heute. Also Bildung ist so entscheidend. Und in bestimmten Phasen des Lebens, da musst du deinen Kindern auch ein bisschen Druck vermitteln, dass Bildung wichtig ist. Sie haben in einem Interview auch gesagt, dass Sie als Person sehr geprägt davon sind, dass Sie eben an einer Tankstelle groß geworden sind und als Jugendliche Mofas getankt haben. Inwiefern denn? Also das hat, also mir hat das Spaß gemacht. Ich glaube, meine Schwestern sind ein bisschen anderer Ansicht, aber die haben es auch nochmal in der älteren Phase erlebt. Ich bin die Jüngste, ja. Das Nesthäkchen hatte ja immer so ein bisschen Freiheiten. War bei mir nicht so. Ja, also ich hatte viele Freiheiten. Das ist meine Erinnerung an meine Kindheit. Das ist ja nie objektiv. Aber ich fand das toll. Also Mofa tanken, das wurde ja noch so aufgepumpt und dann drei Liter oder sowas da reinfüllen oder auch bei der Autowerkstatt. Ich fand das sehr angenehm, da rumlaufen zu können in aller Freiheit. Und einer der Gesellen hat mir vor ein paar Jahren noch erzählt, dass sie dann mich immer mit Erdbeeren gefüttert hätten, um das Kind irgendwie zu beschäftigen, das da eben rumlief. Jetzt kommen wir zu Ihnen persönlich auch noch in Bezug auf das Thema Mutter. Sie haben eben auch hier 20 Mütter der Bibel porträtiert. Es ist neu aufgelegt worden, dieses Buch. Dann haben Sie auch ein Buch über Geschwister geschrieben in der Bibel. Was kann man denn aus der Bibel für die Familienverhältnis und für das familiäre Zusammenleben lernen? Ich muss sagen, das Buch mit den Müttern der Bibel ist entstanden, weil ich mich über Kardinal Meissner geärgert habe, der gesagt hat, Frauen, die berufstätig sind und Mutter sind Gebärmaschinen eigentlich. Und das hat mich so geärgert als berufstätige Mutter, dass ich versucht habe zu zeigen, in der Bibel sind so viele verschiedene Muttergeschichten. Ja, also Mutter durch Vergewaltigung Beispiel, eine sehr junge Mutter, eine sehr späte Mutter, Mütter in Konkurrenz, Rahel und Lea beispielsweise zueinander. Also in der Bibel gibt es sehr, sehr verschiedene Mutterbilder und das lässt sich nicht in eine Form pressen, die irgendjemandem gerade passt. Es gibt nicht das eine Mutterbild der Bibel. Und außerdem möchte ich die biblischen Gestalten gerne Menschen nahe bringen, weil ich finde die spannend. Das sind ja Urgeschichten von Beziehungen in der Bibel. Genau. Und bei den Müttern bin ich dann irgendwann auf die Geschwister gestoßen und habe gedacht, die Geschwisterfrage ist ja für die Familie auch ungeheuer spannend. Also wer ist zuerst geboren, wer zuletzt, was spielt sich unter den Geschwistern ab? Und das habe ich versucht an der Bibel auch zu zeigen. Ich habe da auch ein Bild von Ihnen und Ihren Schwestern gefunden, das wir auch mitgebracht haben. Also man sieht sie hier und man sieht sie auch als kleines Mädchen, sieht man sie noch daneben. Jetzt ist es aber auch so, in der Bibel sagen Sie, eben man kann durchaus was lernen in Bezug auf das familiäre Zusammenleben. Jetzt ist es aber schon irgendwie im zweiten Buch der Bibel gibt es einen Geschwistermord, nämlich Krain und Abel aus Neid. Ja und ich denke, das kennen wir ja auch. Also dass unter Geschwistern Neid auftaucht und Konkurrenz auftaucht. Das geht da natürlich ins Extrem, dass aus lauter Neid Kain Abel erschlägt und ich finde so schön, dass dann gleich die beiden zentralen Fragen eigentlich von Gott an die Menschen kommen. Erstens Kain, wo bist du? Also wo bist du eigentlich, fragt Gott und dann, wo ist dein Bruder Abel, wo ist dein Nächster? Und Kain mit diesem Kainsmal, wie immer es aussah, leben muss, dass er einen anderen getötet hat und andererseits Gott ihn aber auch schützt vor der Rache und sagt, du musst mit dieser Schuld leben. Und ich denke, Eltern haben dafür zu sorgen, dass es diesen Neid, den es gibt unter Geschwistern und diese Auseinandersetzung nicht gewalttätig ausgetragen werden. Das ist eigentlich die Lektion. Das lernen Sie daraus. Jetzt gibt es seit ein paar Jahren unter dem Begriff und Hashtag Regretting Motherhood eine Welle von Müttern, die sagen, sie bereuen Mütter zu sein, weil sie da Autonomie verlieren, sie verlieren Intimität. Wiederum hat diese Welle eine extrem große Reaktion ausgelöst, nämlich, dass man gesagt hat, das geht doch nicht. Wie äußert ihr euch? Eine Mutter quasi hat sich zu freuen über ihre Kinder. Wir haben also eine ganz klare Vorstellung davon, wie Mütter sein sollen und auch, was sie fühlen dürfen. Also das muss ich sagen, finde ich sehr schwierig, wenn ich das auch bei meinen Töchtern sehe, die Kinder haben, dass so viele Jahre, nachdem ich Kinder bekommen habe, immer noch diese Klischees da sind. Ja, eine gute Mutter beispielsweise bleibt die ersten drei Jahre zu Hause. Oder eine gute Mutter heute gibt das Kind mit einem Jahr in die Kita. Lass doch die Mütter das selbst entscheiden. Und wenn eine Mutter sagt, ich fühle mich furchtbar nach der Geburt, es geht mir nicht gut und eigentlich bereue ich das, dann darf sie das auch sagen, finde ich. Also ich habe das Gefühl, wir geben wieder Rollen weiter, was eine gute Mutter zu sein hat und die Frauen müssen das dann auskämpfen. Ich wünschte, jeder hätte die Freiheit, das für sich zu entscheiden. Da müssen natürlich auch die Kindertagesstätten, Einrichtungen da sind, dass sie es entscheiden kann. Aber eine Frau, die sagt, ich bleibe gerne ein paar Jahre zu Hause mit meinen Kindern, das macht mir Freude, so will ich das, die ist ja kein Heimchen am Herd. Und eine, die sagt, das Arbeiten, der Beruf macht mir so viel Spaß, ich nutze das und mit einem Jahr oder früher gebe ich mein Kind in die Kita, ist keine Rabenmutter. Wir sollten aufhören, in so Klischees zu sprechen. Und eine Mutter ist nicht immer glücklich. Also natürlich gibt es die Phasen, wo du denkst, ach, also warum habe ich mir das angetan? Und manche Mütter sind also überströmend vor Glück die ganze Zeit. Also lass das doch zu, es ist verschieden, es gibt doch nicht die eine Mutter. Das ist natürlich schön, wenn man diese Wahl hat, oder? Aber das muss man sich auch leisten können, damit man die Kinder überhaupt in die Kita geben kann. Ja, da gibt es ja Modelle. Also Rheinland-Pfalz kann ich zum Beispiel sagen, ab zwei ist die Kita beitragsfrei. Und ich finde, das sollte auch so sein. Also was ist nicht alles beitragsfrei? Also dass Eltern das Geld nicht hätten, ihr Kind in eine gute Betreuung zu geben, das fände ich fatal. Und meines Erachtens sollte es auch ein Kindergartenpflicht ja geben vor der Einschulung, damit Kinder sprach- und sozialkompetent sind, wenn sie in die Schule kommen, weil die Grundschule das nicht leisten kann. Ich weiß gar nicht, wie das in der Schweiz genau ist. Aber ich finde zum Beispiel beitragsfreie Kitas, das ist ein sehr, sehr gutes Angebot, weil es wäre schwierig, wenn eine Mutter sagen muss, ich kann es mir nicht leisten, mein Kind in die Kita zu geben. Die Entscheidungsfreiheit sollte sie haben. Eben, das ist in der Schweiz halt ganz anders. Das ist ein großes finanzielles Problem, dass auch teilweise beide Eltern sogar arbeiten müssen, damit sie sich überhaupt die Kindertagesstätte leisten können. Ja, da muss ein Staat ja fragen, was ist uns wichtig? Also gute Betreuung oder etwas anderes? Was hatten Sie denn für einen Anspruch an Ihre Mutterrolle? Ich habe damals gar nicht so viel überlegt. Ich war noch Studentin, ich war 23, als ich mein erstes Kind bekommen habe, also meine älteste Tochter ist 37 jetzt. Und ich bin da relativ unbefangen reingegangen. Meine Schwestern hatten schon Kinder oder meine Eltern, nee, meine zweite Schwester hatte schon, meine andere Schwester dann auch. Ich finde, früher war es auch einfacher, weil du auch ständig mit Kindern zu tun hattest. Also ja, Cousinen, Cousins und die Kinder hatten, wir wissen heute, dass manche auch aufwachsen, ohne mit Säuglingen Kontakt zu haben. Also ich bin da eher unbefangen reingegangen. Als ich dann Zwillinge bekommen habe, muss ich sagen, das war eine echte Herausforderung. Weshalb? Ja, weshalb? Sollten Sie je neugeborene Zwillinge haben, wissen Sie, was die Frage bedeutet. Nee, aber in Bezug auf die Frage der Mutterrolle. Ja, weil du ihnen nicht gerecht werden kannst. Also ich glaube... Weil man drei gleichzeitig oder dann zwei gleichzeitig nicht gerecht wird. Nee, und die ältere war drei, kurz vor vier. Also du hast das Gefühl, du wirst dem älteren Kind nicht mehr gerecht, weil du fast keine Zeit mehr hast. Und die anderen beiden versuchst du immer irgendwie parallel zu versorgen. Und hast auch das Gefühl, ihrer Individualität wirst du gar nicht gerecht, weil du nur versuchst, sie irgendwie alle zu versorgen. Und das ist so eine Phase gewesen, da habe ich auch das Gefühl gehabt, jetzt bin ich echt überfordert. Und wie schauen Sie heute darauf zurück? Glauben Sie, Sie sind ihnen gerecht geworden? Also ich kann sagen, ich habe mein Bestes getan, was ich konnte, kräftemäßig. Und ich kann mit meinen Töchtern auch darüber reden. Und das ist lustig im Rückblick, was sie wie empfunden haben und was ich wie empfunden habe. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wir haben neulich darüber diskutiert. Meine Schwestern haben ihren Kindern sehr guten Musikunterricht gegeben und die sind auch alle eher musisch einen besonderen Weg gegangen. Bei meinen Kindern war es so, dass die eine dann gesagt hat, ich fand das ätzend, dass ich da Klarinette spielen sollte. Ich fand das total doof. Und die andere hat gesagt, hättest du ein bisschen mehr darauf geachtet, dass ich anständig übe, könnte ich heute richtig Cello spielen. Ja, also das wird von den Kindern ja auch sehr verschieden wahrgenommen. Sie haben auch gesagt, Sie sind ja jetzt, Sie leben zwischen Hannover und Usedom. Sie haben dort die Möglichkeit, die ganze Familie zu empfangen auch. Wäre das ein Modell für Sie, dass alle Generationen unter einem Dach leben, wie das früher einmal der Fall war? Heute ist es ja schwieriger. Also ich finde das sehr schön, wenn auf Usedom im Sommer mal alle zusammenkommen. Also Sie können sich vorstellen, dass das bei so vielen dann auch nicht immer spannungsfrei ist. Das ist toll, alle freuen sich, sich zu sehen und dann geht das Holter die Polter. Die einen wollen früh schlafen, die anderen machen um 5 Uhr morgens auf. Also das ist dann schon auch das volle Leben. Ich muss sagen, ich möchte nicht in einem Haus mit meinen Kindern leben, auch wenn das manche nicht verstehen, weil ich sehr froh bin, wenn ich morgens nicht, wenn ich manchmal bei meiner Tochter übernachte, um 6 Uhr von Hallo Omi geweckt werde, sondern sagen kann, also bis halb 8 habe ich meine Ruhe, dann habe ich mein ruhiges Frühstück und wenn ich Lust habe, kann ich auch meine Enkel sehen. Ich finde, das ist auch eine Idealisierung. Es ist so wunderschön, alle in einem Haus, wenn das klappt, finde ich super. Ich kenne auch Leute, bei denen das wunderbar ist. Aber ich muss sagen, ich bin ganz froh im Alter, auch mein eigenes Reich zu haben. Jetzt sagen Sie eben mit der ganzen Familie, Sie haben jetzt auch mit Ihrer Tochter zusammen ein Kinderbuch geschrieben über das Beten, wie man mit Kindern betet und schreiben weiterhin Bücher mit ihr. Was haben Sie denn für einen Bezug zu Ihrer Rolle auch als Omi, wie Sie sagen? Erstmal ist das sehr schön. Meine Tochter Lea hat lange als Kinderbuchlektorin gearbeitet und dann kam so die Idee, was zusammen zu machen. Und das macht einfach Spaß, mit einer Tochter auch so ein Projekt zu machen. Ich muss sagen, Omi zu sein, das ist nochmal doch eine sehr andere Rolle im Leben, weil als Mutter, das ist meine Erfahrung, du stehst halt sehr unter Druck. Also vier Kinder, die sollen zur Schule gehen, die sollen ihre Hausaufgaben machen. Daneben überlegst du, was haushaltmäßig, die nächste Waschmaschine muss noch laufen und was noch einzukaufen ist. Und berufstätig denkst du, du musst noch den Vortrag schreiben, die Predigt und die Akten abzeichnen. Also da ist viel Druck. Bei Enkeln ist es jetzt so, wenn ich mit den Enkeln Zeit verbringe, dann mache ich nichts außer Enkeln. Dann mache ich auch das Handy möglichst aus und habe diese Zeit mit den Enkeln. Können Sie das? Das kann ich, ja. Doch. Das ist dann ganz besondere Zeit und das genießen natürlich die Enkel, weil sie wissen, jetzt ist Omi ganz für dich da. Und andererseits ist das auch für mich schön, weil ich merke, ich habe da eine andere Gelassenheit und ich würde mal sagen auch Geduld als mit den Kindern. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich habe mit einem Enkel einen Spaziergang gemacht und dann sehen wir einen Bagger, einen Sandhaufen, ein Loch und stehen da eine halbe Stunde rum und sehen, wie der Bagger den Sand holt in das Loch. Den Bagger, den Sand in das Loch. Ja, früher hätte ich gesagt, komm, wir müssen nach Hause, beeil dich. Bei den eigenen Kindern. Ja, aber ich dachte, wenn es ihm Spaß macht und dann kommen wir nach Hause. Ja, wenn es ihm Spaß macht, gucken wir den Bagger an und dann kommen wir nach Hause. Sagt er zu seiner Mutter, Mama, was wir alles erlebt haben. Ja, das war für ihn ein tolles Erlebnis und dann ist so schön. Ja, toll. Jetzt um die Weihnachtszeit herum sind ja viele Familien auch gestresst. Es gibt großen Druck, weil man denkt, man muss ein schönes Fest machen. Was machen Sie da oder was empfehlen Sie da, um Druck rauszunehmen und Enttäuschungen vorzubeugen? Es gab neulich einen Artikel, Advent, Advent, die Mutter rennt. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich so. Also erst mal sollst du den Adventskalender fertig haben, dann Nikolaus, dann die ganze Weihnachtsvorbereitung und alles soll ganz harmonisch sein und ganz wunderschön. Genau, und zwar auf Knopfdruck. Auf Knopfdruck. Und ich würde sagen, entlastet euch doch. Also es muss nicht alles perfekt sein. Ich hatte früher Weihnachten, ja, Hochsaison als Pfarrerin. Ich habe dann einfach Pizza vorher fertig gemacht. Die kam in den Ofen Heiligabend und fertig. Die Kinder haben es auch gerne gegessen. Also ich finde, wenn es dann auch mal kracht, das passiert auch. Wir sind Weihnachten nicht andere Menschen als vorher. Also die Ansprüche ein bisschen runterschrauben. Es muss nicht auf einmal dieser perfekte Tag sein. Und wenn irgendwas schief geht, versucht drüber zu lachen. Versucht euch nicht zu streiten. Versucht zu sagen, ist okay, es war das völlig falsche Geschenk, aber das macht doch nichts. Und der Baum ist krumm und schief. Daran hängt Weihnachten nicht. Also ich wünschte, die Familien könnten sich entspannen. Und das habe ich am Anfang schon gesagt. Vor allen Dingen getrennte Eltern. Die sollten doch aufpassen, dass sie ihre Kinder nicht unter Druck setzen. Ich habe neulich eine Studie gelesen, dass viele Kinder Angst vor Weihnachten haben, weil sie Angst haben. Die Eltern streiten sich. Und das ist doch furchtbar. Ich finde, man kann sich doch ganz pragmatisch aufteilen. Eine Mutter sagte so, also einen Heiligabend sind sie eben beim Vater und ersten Feiertag bei mir. Das nächste Jahr ist es umgekehrt und das ist eingespielt und ohne Druck. Und sie fühlt sich jetzt auch nicht einsam und verlassen Heiligabend. Danke ganz herzlich für dieses Gespräch. Danke, Frau Keisman. Sehr gerne. Dass eine Frau das Wort Gottes verkünden könnte, war lange Zeit undenkbar. Dann wählte ein Bündner Bergdorf eine Pfarrerin. Das war 1931 und ein riesiger Skandal. Über 80 Jahre später begibt sich die Enkelin auf die Spuren der ersten Schweizer Pfarrerin Greti Kaprez. Den Film sehen Sie jetzt gleich im Anschluss und Ihnen noch einen schönen Sonntag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017